So, wir kommen jetzt zu einer schönen Anwendung der Theorie der wiederholten Spiele auf die Effizienzlohntheorie. Es ist eigentlich eine Theorie, die aus der Makroökonomie stammt und die allgemeine Idee ist auf den ersten Blick recht plausibel, nämlich Firmen, die höhere Löhne zahlen, werden wahrscheinlich auch Arbeiter haben, die bereit sind, mehr zu arbeiten, weil sie motivierter sind und so weiter. Die Idee ist allerdings, dass die Arbeitsanstrengung der Arbeiter schwer beobachtbar ist und vor allem nicht beweisbar ist vor Gericht. Also denken Sie jetzt mal zum Beispiel an einen Kreativarbeiter oder einen Forscher und viele andere Bereiche, wo es nicht so leicht zu messen ist, wie viel jemand produziert hat in einer bestimmten Zeit oder vor allem, wo man nicht vor Gericht beweisen kann, wie sehr er sich angestrengt hat, denn darauf kommt es ja an. Wie soll man solche Leute motivieren? Man kann ihnen einfach schon mal vorher mehr Geld versprechen. Das könnte man tun. Man kann also sagen, hier, ich zahle dir einen hohen Lohn und hoffen, dass der Arbeiter dann entsprechend auch mehr arbeitet. Aber bei einem rationalen Arbeiter ist das nicht so einfach, denn das würde natürlich dazu führen, dass der Arbeiter dann trotzdem bummelt, wie Shapiro in Stiglitz das nennt, mit Shirking auf Englisch. Und er würde trotzdem den höheren Lohn kassieren. Wenn wir das nur in einer Periode spielen, dann würde das passieren. Der Arbeitgeber würde erst einen hohen Lohn versprechen, der Arbeiter würde sagen, vielen Dank und würde dann trotzdem bummeln. Jetzt ist natürlich eine Arbeitsbeziehung nicht nur eine einmalige Geschichte, sondern man hat das in vielen Perioden. Wenn wir das aber nur endlich oft spielen, dieses Spiel, dann würde es eine letzte Runde geben. In der letzten Runde würde natürlich der Arbeiter dann wieder bummeln und deswegen würde der Arbeitgeber erst gar nicht den hohen Lohn versprechen und so weiter. Dann würde per Rückwärtsinduktion das ganze System einfach nicht funktionieren. Deswegen die Idee von Shapiro in Stiglitz, was ist, wenn man das in einem unendlich wiederholten Spiel macht oder in einem Spiel, bei dem es kein festes Ende gibt, also ein Spiel, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass es noch eine nächste Runde gibt, sowas wie Delta ist. Das ist also genau jetzt die Anwendung, die wir uns anschauen wollen. Schauen wir uns erstmal das Stufenspiel an. Das ist auch schon ein sequenzielles Spiel. Das kann aber leicht in Normalform verwandelt werden. Das Spiel auf der Stufe geht folgendermaßen. Die Firma zieht zuerst. Die verspricht einen Lohn, der kann hoch sein, der kann niedrig sein, irgendwie aus einem stetigen Raum hier. Deswegen wieder so ein Kuchenstück. Also einen Lohn, Wage, W. Der Arbeiter entscheidet dann, ob er diesen Vertrag annimmt. Wenn er ihn nicht annimmt, bekommt er selber seine Outside Option, seinen anderen Job, sein Arbeitslosengeld, was auch immer, von B0 und die Firma eine Auszahlung von 0. Wenn er ihn annimmt, wenn er den Vertrag annimmt, dann kann er sich jetzt entscheiden, ob er entweder hart arbeitet. In diesem Fall ist der Output dann Y. Allerdings die Auszahlung der Firma ist Y minus W, weil sie ja den Lohn zahlen muss, den hohen Lohn, den sie versprochen hat. Und der Arbeiter bekommt den Lohn. Das heißt, seine Auszahlung ist W. Allerdings kostet ihn die Anstrengung etwas. Wenn er hart arbeitet, hat er Anstrengungskosten von E. Also W minus E ist seine Auszahlung. Wenn er hingegen bummelt, also Schöcking betreibt, dann werden diese Anstrengungskosten von E nicht anfallen für ihn. Allerdings kann es dann passieren, dass dann sein Output einfach schlecht ist. Und zwar nehmen wir an, dass das vom Zufall abhängig ist, damit es nicht so leicht beobachtbar ist. Also es kann einfach sein, dass der Arbeiter nicht hart arbeitet. Denken wir zum Beispiel an einen Wachmann. Der kann entweder aufpassen oder nicht aufpassen. Wenn er nicht aufpasst, also Schöcking betreibt, dann wird nicht immer was passieren, sondern es nur manchmal was passieren. Ein Einbruch oder irgend sowas mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, den er verhindert hätte, würde er hart arbeiten. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert was. Der Output ist Null. Der Lohn ist schon bezahlt. Das heißt also, die Firma wird einen Output, eine Auszahlung von Minus E haben. Nur den Lohn zahlen müssen, aber kein Output mehr da. Der Arbeiter bekommt, der hat ja schon diesen Lohn bekommen. Der wird ihn auch behalten. Und er kann auch nicht haftbar gemacht werden, weil es eben nicht so leicht nachweisbar ist, ob er aufgepasst hat oder nicht. Und wenn er Glück hat, der Output ist trotzdem da, dann ist der Output, der die Auszahlung der Firma Y minus W und seine eigene Auszahlung ist W. Das heißt, der Zufall kommt hier am Ende erst und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert das. Also entweder gibt es eine Auszahlung von Null oder eine Auszahlung von Y, ein Output. Und das passiert mit Wahrscheinlichkeit P. Und wenn der Zufall ja so am Ende ist, dann kann man das auch alles zusammenfassen eigentlich in eine erwartete Auszahlung. Und das ist das, was ich hier rechts gemacht habe. Das kann man reduzieren auf P mal Y. Also nur mit Wahrscheinlichkeit P ist dieser Output Y noch da. Minus W. Und der Lohn ist ja in jedem Fall immer W gewesen. Also insofern, das kann man jetzt hier ein bisschen vereinfachen. Und dann haben wir dieses Spiel. Dieses Spiel kann man jetzt leicht durch Rückwärtsindungszahlen lösen. Wenn also hier der Arbeiter dran ist, Shocking oder nicht Shocking, er kriegt entweder W oder W minus E. Da ist das eine einfache Wahl. Er wird natürlich nicht hart arbeiten. Dann überlegt sich natürlich die Firma, was soll sie zahlen. Und dann wird sie sehen, oh, der wird ja auf jeden Fall Shocking betreiben. Wird auf jeden Fall bummeln. Dann werde ich ihm auch keinen hohen Lohn bezahlen. Und so ist das Stufenspiel gelöst. Zwei Annahmen brauchen wir noch für das Spiel, damit es interessant wird. Wir nehmen an, dass der maximale Lohn, den die Firmen bezahlen können, Y ist. Und das heißt, es lohnt sich zu arbeiten, wenn die Arbeitsanstellung beobachtbar wäre. Das heißt also, wenn Y ist größer als W0 plus E. Das heißt, das ist das, was der Arbeiter kriegt, wenn er nicht den Vertrag annimmt. Das sind seine Anstrengungskosten. Das heißt, der Output, den die Firma maximal ausschütten könnte als den anderen Arbeiter, der wäre größer als die Opponitätskosten des Arbeiters. Insofern heißt W0 plus E. Außerdem nehmen wir an, dass W0 größer ist als P mal Y. Was bedeutet, dass es besser ist, arbeitslos zu sein. Also man kriegt einfach als zu bummeln und die erwartete Produktivität als Lohn bekommt. Das heißt also, was heißt es, wenn ich bummel und wenn ich dann P mal Y, wenn ich hier als Lösung, wird natürlich die Firma, da sie jetzt hier nur maximal PY verdient, das Höchste, was sie ihm anbieten kann, ist dann auch PY. Das ist also die erwartete Produktivität. Wenn sie die ihm anbietet, dann ist das nicht so attraktiv für den Arbeiter. Er wird es ausschlagen und er wird stattdessen dann lieber arbeitslos sein. Also da sind wir dann hier. Hier wird also dann PY rauskommen als Lohn und dann sagt natürlich der Arbeiter Nein. Das ist die Annahme. Damit also das Spiel lösbar ist, würde wir jetzt also annehmen, die Firma würde PY anbieten und der Arbeiter lehnt ab. Das wäre das Ergebnis, wenn wir dieses Stufenspiel nur einmal spielen. Hier ist es nochmal zusammengefasst. Also im Stufenspiel wird passieren, dass die Firma genau maximal PY anbieten kann und der Arbeiter wird das ablehnen. So, damit haben wir keine Effizienzlöhne. Und das Ding ist, wenn wir das endlich oft wiederholen, dann haben wir immer noch keine Effizienzlöhne. Und deswegen kam war jetzt eben die gute Idee, was passiert, wenn wir das unendlich oft wiederholen. Was passiert dann? Wollen wir mal schauen, ob wir das als Gleichgewicht konstruieren können, dass es Effizienzlöhne gibt. Die Firma könnte jetzt also eventuell einen Lohn anbieten, der über W0 liegt. Nennen wir den W-Stern. Allerdings würde dann die Firma den Arbeiter feuern, wenn Y gleich 0 ist. Y gleich 0 bedeutet ja, dass offensichtlich der Arbeiter nicht aufgepasst hat. Man kann jetzt zwar das Geld nicht zurückfordern von ihm, weil es nicht beweisbar ist, dass er nicht aufgepasst hat, aber man kann ihn natürlich feuern. In der nächsten Runde wird er dann nicht mehr beschäftigt werden. Und das ist eine Drohung, die ist tatsächlich wirksam, weil ja der Lohn, den er bekommen hätte, wenn er nicht gewummelt hätte, W-Stern, ist größer als W0, die Outside Option. Das heißt also, das würde dem Arbeiter schon dann wehtun. Wir nennen jetzt eine Historie HLHO. Das steht für hoher Lohn, hoher Output. Wenn bisher in jeder Runde, die wir gespielt haben, immer der hohe Lohn bezahlt wurde und der Output auch Y war. Das heißt also, es wurde nicht eingebrochen oder was auch immer passiert sein könnte. Das ist die Historie, die wir bisher beobachten. HLHO. Was ist jetzt eine Strategie in diesem wiederholten Spiel? Die Firma sagt folgendes, ich zahle dir den hohen Lohn, wenn wir in der Historie sind, HLHO. Sprich, bisher ist noch nichts passiert. Ansonsten zahle ich dir nichts. In anderen Worten, ich beschäftige dich nicht. Der Arbeiter sagt, okay, ich nehme jeden Lohn an, der über W-Stern liegt, schwach über. Insbesondere nehme ich selber natürlich W-Stern an und ansonsten nehme ich es nicht an und außerdem sagt er, ich arbeite hart, falls wir in dieser HLHO-Historie sind und ansonsten nicht. Also in anderen Worten, beide kooperieren. Die Firma zahlt den hohen Lohn und der Arbeiter sagt, ich arbeite hart. Kein Bummeln, kein Schöcken. Die Frage ist, formen diese Strategien ein teilsperfektes Gleichgewicht? Wie zuvor beim Gefangenenlämmer müssen wir uns jetzt überlegen, lohnt es sich für einen der beiden Spieler abzuweichen? Schauen wir uns erst den Arbeiter an. Lohnt es sich für ihn abzuweichen? Dazu müssen wir erstmal ausrechnen, was er denn kriegt im Gleichgewicht. VE steht jetzt hier für den Wert aller zukünftigen Auszahlungen von ihm, wenn er E, wenn er also Effort betreibt, wenn er arbeitet, wenn er sich anstrengt. Um das auszurechnen, gucke ich mir erstmal an, was kriegt er denn in dieser Runde, hier in der momentanen Runde, da kriegt er W-Stern, den Lohn, aber er muss leider seine Effortkosten bezahlen, also E, also W-Stern-Minus-E. Das kriegt er in dieser Runde. Und dann, weil er sich angestrengt hat, wird er auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder in derselben Situation sein wie heute. Und deswegen können wir schreiben plus Delta mal VE. Das heißt, der Wert der morgigen Situation ist genauso gleich wie der Wert der heutigen, nur dass wir abdiskutieren müssen, weil es ja eine Runde später stattfindet. Und wenn ich das jetzt hier nach VE auflöse, bringe ich einfach auf die Rüberklammer das Delta aus, oder das 1-Delta aus und schon habe ich VE gleich W-Stern-E geteilt durch 1-Delta. Das ist im Prinzip unsere Summenformel, die wir gerade nochmal bewiesen haben. Wenn man nämlich in jeder Runde W-Stern-E bekommt, dann ist die unendliche Auszahlung dafür einfach W-Stern-E geteilt durch 1-Delta. Das ist das, was im Gleichgewicht passiert ist. Wenn ich jetzt allerdings abweiche, was würde ich dann tun? Na, da würde ich natürlich sagen, ich nehme erstmal das W-Stern an, den hohen Lohn, aber dann entscheide ich mich doch zu bummeln. Ich werde nicht automatisch gefeuert, sondern nur mit gewissen Wahrscheinlichkeit. Das kann sich also lohnen. Jetzt kommt VS. Das ist also, S ist also die Entscheidung zu shirken, also abzuweichen. Dann bekomme ich in dieser Runde W-Stern. Ich muss die Effortkosten eh nicht zahlen. Also nur W-Stern. Und dann in der nächsten Runde bin ich jetzt in einer unsicheren Situation. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werde ich erwischt, weil der Output 0 ist. Und dann bekomme ich ab da nur noch meinen Arbeitslosen-Delta. Ich bin gefeuert. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, und diese Wahrscheinlichkeit ist 1-P, werde ich erwischt. und dann bekomme ich W0 ab da immer. Und das ist also eine unendliche Auszahlung von W0. Und da kann ich also gleich hinschreiben, W0 geteilt durch 1-Delta. Das ist also eine unendliche Auszahlung ab da von W0. Mit einer anderen Wahrscheinlich, mit der Wahrscheinlichkeit P, habe ich Glück und der Output ist immer noch groß. Das heißt, es ist nichts passiert. Und das heißt, in der nächsten Runde bin ich wieder in derselben Situation wie heute. Und das ist Vs. Das heißt also hier Vs und da auch Vs. Das heißt, ich kann das nach dem Vs wieder auflösen und bekomme dann diesen Ausdruck hier. Übrigens, wenn nicht, könnte ich natürlich auch sagen, oh, nachdem ich einmal gestört habe, könnte ich dann in der nächsten Runde ja wieder zurückgeben zur Anstrengung. Aber das würde tatsächlich nichts helfen. Das hat schon wieder was mit unserem One-Stage-Deviation-Principal zu tun. Ich mache es jetzt so, dass ich immer abweiche. Wenn ich einmal abweiche, dann weiche ich immer ab. Wenn ich also Vs, wenn ich mich entscheide hier zu shirken, dann werde ich es in der nächsten Runde auch machen. Das macht aber keinen Unterschied. So, jetzt haben wir das Vs ausgerechnet. Sieht etwas kompliziert aus. Aber damit können wir uns jetzt anschauen, wann ist Ve größer als Vs. Also setze ich jetzt für Ve ein, das was ich gefunden habe, W-Stern-E geteilt durch 1-Delta und auf der anderen Seite setze ich das für Vs ein. Da kann ich erstmal das 1-Delta auf beiden Seiten hier kürzen. Dann das rüber multiplizieren das 1-Delta P und alle Terme, die W-Stern enthalten auf der einen Seite sammeln und die anderen Terme auf der anderen Seite. Dann bekomme ich 1-Delta P minus 1-Delta mal W-Stern und hier steht Delta mal 1-P W0 plus E mal 1-Delta P. Dann kann ich hier noch ein bisschen vereinfachen auf dieser Seite und dann steht das da und wenn ich jetzt nach W-Stern tatsächlich auflöse, dann bekomme ich folgendes E mal 1-Delta P geteilt durch Delta mal 1-P plus W0 und ich kann das noch ein bisschen anders fassen um zu sehen wie groß W-Stern eigentlich wirklich sein muss. W-Stern muss jetzt also nicht nur die Opportunitätskosten des Arbeiters also W0 plus E ausgleichen sondern es ist noch mehr und dieser Faktor hier der am Ende steht der ist positiv das heißt hier kommt noch was dazu das heißt der Arbeiter bekommt noch etwas mehr das heißt nicht nur die Opportunitätskosten sondern auch noch eine extra Rente für den Arbeiter also mit was man halt ja sozusagen der privaten Information des Arbeiters zuschreiben kann der hat einen Vorteil weil er weiß ob er sich anstrengt die Firma weiß das nicht und diese diese extra Auszahlung das ist eigentlich diese die die Effizienzlohn Auszahlung wie gesagt weil wir das One Stage Deviation Principle haben brauchen wir uns nicht Sorge darüber zu machen ob man nach einer einmaligen Abweichung wieder zurückkehrt oder nicht beides spielt keine Rolle es kommt genau dasselbe Delta bei raus jetzt muss man natürlich überlegen ob das auch wirklich optimal ist in anderen Teilspielen wenn wir zum Beispiel also nicht in dieser Kooperationsphase sind HLHO was passiert dann naja das ist dann aber hier sind wir dann quasi wie in einer Grimm Trigger Situation denn wenn einmal gebummelt wurde dann wird ab da immer Lohn von 0 bezahlt und es wird immer gebummelt das heißt beide Spieler werden ab da nicht mehr kooperieren und dann ist es wie bei Grimm Trigger keiner der Spieler hat einen Anreiz davon abzuweichen und wieder sich anzustrengen beziehungsweise freiwillig einen höheren Lohn zu bezahlen das würde nicht belohnt werden vom anderen Spieler und damit lohnt es sich nicht auch hier abzuweichen jetzt ist noch die letzte Frage ja unter welchen Bedingungen lohnt es sich denn eigentlich für die Firma diesen sehr hohen Lohn W-Stern zu bezahlen und das können wir jetzt auch nochmal ausrechnen das lohnt sich natürlich nur wenn die Firma überhaupt so viel erwirtschaftet das heißt wenn Y größer ist als W-Stern und das heißt Y muss mindestens so groß sein wir hatten ja schon vorher angenommen dass Y größer ist als W0 plus E und das heißt also die Frage ist sozusagen wie groß ist dieses extra was man hier bezahlen muss aber wir sehen dass wenn das Delta gegen 1 geht das heißt also wenn die beiden Spieler sehr geduldig sind dann geht das gegen 0 weil da steht dann da oben 0 und insofern ist das was ich dann noch extra zahlen muss dann extrem klein das heißt also für wenn diese Bedingung erfüllt ist dann muss ich einfach nur Delta groß genug machen dann wird es irgendwann möglich sein für die Firma diesen Lohn zu bezahlen das heißt also so ein bisschen wie das Fog-Theorem für Delta groß genug gibt es ein Gleichgewicht das so funktioniert und das war es für diese Woche